Willkommen bei der Hexagon Manufacturing Intelligence Webshop Benutzerhandbuch-Serie. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Angebot anfordern können. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, lassen Sie uns damit beginnen, ein Produkt hinzuzufügen, das Sie vor einiger Zeit in Ihrer Favoritenliste gespeichert haben. Navigieren Sie zu den Favoriten unter Mein Konto. Klicken Sie auf In den Warenkorb hinzufügen. Oh! Plötzlich fällt Ihnen ein, dass Sie auch einen neuen Reflektorhalter benötigen. Geben Sie die Produkt-ID in die Suchleiste ein. Dieser Reflektorhalter ist unerlässlich, um die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz von Messungen zu gewährleisten. Fahren Sie mit der Maus über Schnelles Angebot anfordern, um zu sehen, wie Sie Schritt für Schritt ein Angebot anfordern können. Befolgen Sie die Anweisungen, Produkt in den Warenkorb legen und auf Zur Kasse klicken. Klicken Sie auf dieser Seite auf die Schaltfläche Angebot anfordern. Bitte beachten Sie, dass das Angebot nur für Bestellungen über den Webshop gültig ist. Sollten Sie auf der vorherigen Seite einen Aktionscode verwendet haben, wird dieser entfernt. Wenn Sie also einen Aktionscode haben, sollten Sie ihn in der Beschreibung angeben. Unser Team wird ihn zu Ihrem Angebot hinzufügen. Sie können hier auch einige Kommentare zu Ihrem Warenkorb hinzufügen. Klicken Sie dann auf Anfrage senden. Klicken Sie auf Ja, um Ihre Eingabe erneut zu bestätigen. Sehr gut! Sie haben erfolgreich ein Angebot angefordert. Nach der Übermittlung können Sie Ihr Angebot überprüfen, indem Sie unter Mein Konto zu Meine Angebote navigieren. Sie erhalten außerdem eine Bestätigungs-E-Mail über den Eingang Ihrer Anfrage, die an Ihren Posteingang gesendet wird. Sollte sie nicht dort sein, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Nachdem Ihre Anfrage geprüft wurde, erhalten Sie eine E-Mail mit den neuesten Informationen zu Ihrem Angebot. Nun können Sie sich in Ihr Konto einloggen, um weitere Details zu Ihrem Angebot einzusehen. Navigieren Sie nach dem Einloggen erneut zu Mein Angebot. Der Status Ihres Angebots wurde aktualisiert und eine PDF-Datei steht für Sie zum Download bereit. In dieser Datei sehen Sie Ihre eindeutige Angebotsnummer und das Ablaufdatum. Bei Bedarf können Sie Ihr Hexagon-Angebot herunterladen und eine Firmenbestellnummer erhalten. Falls Änderungen erforderlich sind, klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche, um sie zu bearbeiten. Ansonsten klicken Sie auf diese Schaltfläche. Hier können Sie Ihr Angebot noch einmal überprüfen und entscheiden, ob Sie es annehmen, bearbeiten oder stornieren möchten. Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf Akzeptieren und zur Kasse gehen. Sie werden auf die Zahlungsseite weitergeleitet, wo Sie per Kreditkarte oder Rechnung bezahlen und Ihre neue Bestellnummer eingeben können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen, sehen Sie sich unsere Videos zum Thema Bestellung per Kreditkarte oder Rechnung an. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in unseren nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.